Hallihallo! Hallo Leute! Da sind wir wieder! Ja, und wieder bei dem Boss, wo wir eigentlich nicht weiter kamen. Aber? Wir haben ein bisschen ausprobiert, um zu gucken, wie man ihn tötet. Wir haben doch tatsächlich was rausgefunden. Eigentlich sollte man ja meinen, da wir den Magie gekriegt haben, sollte die uns eigentlich was bringen. Aber das tut sie nicht. Ich halte daran fest, dass meine Magie mir schon irgendwas bringt. Also gut, zurzeit kostet es nicht Leben ohne Ende. Das trifft sie nicht, ja? Ja, wir haben mich herausgefunden, das ist ein Schwachpunkt. Wenn er nämlich da unten ist, kann unser Herr Dunneit auch nicht auf Schmau gehen. Yeah, und ich bin schon das erste Mal tot. Ich habe auch kurz davor. Ich kann ihn sogar in der Luft treffen. Dann mach! Ja, jetzt war ich aber auf der falschen Seite, ich muss nämlich genau in sein Gesicht schlagen. Ah ja, das erzählt er ständig. Oh Gott. Das ist schlecht auf ihn zu lenden. Also wenn ich ihn treffe, passiert nichts. Das ist ja das, was ich so ein bisschen dumm finde. Was seltsam ist in der Probe, haben wir ihn ganz, ganz einfach geschafft. Und jetzt kacken wir ab. Ja, ich knusse mich auf. Und schon was er besiegt. Ja, und da ist er. Das ist verwirrend, irritierend, aber erstaunlich. Ja. Genauso wie es sein sollte, oder nicht? Genau, gemeinsam. Und jetzt das erste Mal stehst du auch neben mir mal so, ne? Super, du reitest drauf rum. Willst du, möchtest du noch Salz in die Wunde streuen? Ja, sicher. Oh, was geht jetzt ab? Das Böse. Ja, böse Musik läuft. Boah, das klingt wie die Bossmusik von Super Mario. Wenn Carlo... Äh, nicht Carlo. Wenn, wenn... Oh. Wenn Carlo... Da kommt die Hackfresse, ey. Oh, falscher Mieger. Ey, der hat nur zwei Zähne. Der hat sich sehr, sehr oft geklont und die greifen uns jetzt ein mit Luftgeschwabern. Wir sind auf einem Schiff. Ich Laura... Ein Luftschiff, das übers Meer fliegt, das Schiff. Ich meine, es könnte auch schwimmen, aber... Oh ne... Nö... Denken wir nicht darüber nach. Ne. Wo! Ja, vielleicht haben sie sich, während die in der Luft waren, so... Nein! So eine Lufttransformation, ja? Und ab. Lufttransformation zu. Oh, das war knapp. Das ist ein Marienkäfer. Ja, sicher. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Was? Du hast ihn getötet. Ich hätte ihn nicht mehr abwehren können. Oh, das ist so ein Hochkletterlevel. Wir müssen immer weiter nach oben. Wobei, da drüben war jetzt bestimmt immer so ein Spezialdingens. Haha, daneben. Nein! Nein! Ich bin tot. Alleine habe ich keine Chance gegen die. Das ist ein besorgtes Leben. Ich arbeite dran. Auf einmal steigen die in Kisten wieder zu dir hoch. Das war ja so klar. Die fangen an zu schließen. Nein! Nein, 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 nein! Hahaha! Hahaha! Geil! Hahaha! Ähm, dass es eben nicht passiert wird. Hahaha! Hahaha! Geil! Hahaha! 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 Oh Gott! Du bist doch nicht jetzt... Ach, ich dachte gerade. Das ich mach das Level da vorne nochmal, das kann man sich gar nicht aufsuchen. Es geht immer nur voran. Okay. Dann komm, steig mal wieder ein. Lauf mal vorwärts. Dann, dann, wenn du kurz vorm Tod bist, dann mach ich mit, nein, Scherz. Das ist eigentlich ne ziemlich gute Strategie. Aber du siehst... Sorry. Das war ich. Aber du siehst... Aber das wäre ein Blödsinn, was wir machen würden. Ja, außerdem würde ich ziemlich schnell sterben, wenn man sieht. Weil nur du triffst sie irgendwie ziemlich effektiv. Hahaha! Confused! Verstößt das nicht gegen die Genfer Konvention, wenn man einen Fallschirmjäger angreift? Ach! Du brauchst mich nicht stören. Dein Angriff, der über den Kopf geht, ist echt genial. Finde ich auch. Nein! Haha! Stoß! Hol ihn runter! Hol ihn runter! Komm! Ruf! Hahaha! Nein! Was war das? Das Ding hat uns eingequetscht und sein Leben geköstet. Ich hab's geahnt, aber ich wollte hoffen, dass es nicht so ist. Wer hat eigentlich diese grauen Dinger mit in der Luft gebaut? Vor allem, wie bleiben die in der Luft? Ich bin doch ein bisschen verruflich. Oh! Das war knapp. Ich bin Mr. Knapp. Ich bin Mr. Knapp. Oh! Was?! Ich glaube, wir müssen da rein. Spring rüber! Spring! Ja, wir sind weiter. Gott sei Dank. Ich bin auch tot. Da ist eine Kiste. Ach ja, ich muss ja jetzt sterben. Ach, mach ruhig eine Weile. Ich nehme einfach von dir ein Leben. Wie ist das denn jetzt gemacht? Ich habe mir ein Leben von dir ausgeliehen. Ah, wie. Na komm, genug rumgesucht. Ich will wissen, wie man die Kiste öffnet. Gar nicht, die sind da Trappen. Sind sie gar nicht. Sind sie wohl, hofft zu meckern. Was ist das da unten? Sieht aus wie ein Schalter. Yeah, du musst da mit. Das ist ein Kurup-Schalter. Du musst mitmachen. Komm her. Echt? Ja. Oh mein Gott. Toll, wa? Ich habe ihn gedrückt. Der ist trotzdem... Und für was haben wir das gemacht? Oh. Ich kann mir vorstellen für was. Gar nicht. Ah, man kann die Fässer doch ziehen. Warte, warte, warte. Geh du mal... Was denn? Nein, ich habe eine Idee. Lass mich... Da, guck. Bevor du das Fass zerstörst, lass mich mal. Warte, ich mach das Ding da oben mal kaputt. Ne, geht nicht. Das kann jetzt dauern. Wäre aber schön, wenn du es töten könntest. Ich kann dich nur beschützen. Ich kann jetzt immer nur nahe ein Feld ziehen. Ein einziges Feld. Ist das dämlich. Okay. Das war ja schon beinahe Zelda-mäßig. Ja, aber... Ich weiß, das war ein Scheid... Ach du Scheiße, ein Bonus-Game. Hey, das hatten wir lange nicht mehr. Nimm das Rechte, das Rechte, das Rechte. Er nimmt es auch noch. Ja, plus fünf Münzen. Komm schon. Leben, 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 leben. Äpfel. Ein Apfel. Was bringen einem die Äpfel? Wow. Das war ein extra Herz. Cool. Nein, jetzt haben wir alles verloren. Alles? Ja. What the fuck? Ne, ohne Scheiß jetzt? Ja. What the fuck? Ne, du siehst doch, du hast ein Herz mehr. Ne, das hatte ich vorhin schon. Natürlich, die letzten paar Sekunden der Aufnahme. Hilfe. Den kann ich nicht treffen. Okay, warte mal. Du kannst das Ding zurückschicken. Wie? Die Kugel kannst du zurückschicken. Wie denn? Das ist gerade irgendwie gemacht. Du kannst die mit deinem Schild. Komm schon. Aber wir haben noch knappe zehn Sekunden für den. Gut, nein. Ja, okay, dann hören wir jetzt einfach mal mittendrin auf. Lass dich sterben. Okay. Du hast genau 20 Sekunden, um es zu schaffen. Wie denn? Weiß ich nicht. Warte, ich klau dir noch ein Leben. Dann geht's schneller. Und jetzt bist du eher tot. Ja, wir können schon mal Tschüssi sagen. Ja, okay, Leute. Wir sagen mal Tschüss hier und wir sterben hier bei dem Boss. Ja, leider. Ja, ich brauche noch alle. After das. Ja, da SEC für's. Ja, dafolio. Ja. G cruiz totally dort. Vielen Dank.